Mein Name ist Markus Schöfisch und ich bin Marathonläufer. Mit der Qualifikation für die diesjährigen Europameisterschaften habe ich mir meinen Lebenstraum erfüllt. Ich werde für Deutschland an der Startlinie stehen. Ich wurde bei meinem ersten Marathon überraschend deutscher Meister. Mein Traum einmal im Nationaltrikot zu laufen war noch immer meilenweit entfernt, aber ich glaubte wieder daran es schaffen zu können. Ein halbes Jahr später steigerte ich mich beim Hamburg Marathon in zwei Minuten. Trotzdem musste ich mich erneut deutlich steigern, um eines der begehrten Tickets zu ergattern. Und das tat ich auch. Mit Platz 3 bei den deutschen Marathonmeisterschaften in Düsseldorf und einer neuen persönlichen Bestzeit von 2 Stunden 15 Minuten und 58 Sekunden sicherte ich mir den Startplatz für die Europameisterschaft im eigenen Land. Am 12. August darf ich mit dem Adler auf der Brust 42,195 Kilometer durch Berlin laufen. Und ich hoffe so viele wie möglich von euch am Streckenrand sehen zu können. Laufen ist für mich viel mehr, als nach Erfolgen zu streben. Laufen ist meine Leidenschaft. Ich lebe meinen Traum und genieße jede Sekunde und jeden Kilometer dieser Marathonvorbereitung. Begleitet mich und unterstützt mich auf diesem Weg unter Hashtag Team Schöfi.